Was geht ab, Freunde des ethischen Hackings? Willkommen once again back zu einem fantastischen Video. Heute wollen wir Kubernetes hacken. Frank and Herbie try again. Ich weiß nicht, wie oft ich Frank and Herbie getryt habe, aber heute werden wir auf jeden Fall Frank and Herbie hacken. Wir werden sie hacken. Gut, dann haben wir hier die IP-Adresse von dem Raum, Frank and Herbie try again. Und dann können wir starten, wie immer, mit einem Nmap-Scan. Klar, wir wollen wissen, welche Ports sind offen. Wir haben eine IP-Adresse. Das erste, was wir machen, um zu hacken, ist, diese IP-Adresse zu enumerieren. Minus V4 für Version-Scan, damit das Ganze uns direkt schon anzeigt, wenn es offene Ports findet. Minus P- für alle Ports und dann die IP-Adresse dahinter. Gut, ich komme gerade aus einer 48-Stunden-Prüfung der Red Team Operator, für die, die es auf Twitter gesehen haben. Ich habe es retweetet oder getweetet. Nicht retweetet. Ich habe es getweetet. So. War ziemlich anstrengend, weil das Ganze ging bei mir über, ich glaube, ich war jetzt 52 Stunden an dem Computer. Meine Augen tun maximal weh. Das waren super viele Fallen, Stricke eingebaut. Und an manchen Stellen hatte ich sogar das Gefühl, also man konnte das Examen pausieren, auch wenn es 48 Stunden geht. Man konnte halt zwischendurch einfach sagen, ey, ich gehe jetzt mal 12 Stunden schlafen. Dann pausiere ich das, dann läuft die Zeit halt nicht weiter. Deswegen bin ich da jetzt drei Tage lang dran gewesen. Meine Augen tun richtig weh. Und ja, ich bin ganz froh, dass das jetzt durch ist. Bei einer Stelle war ich merkwürdig. Machen wir jetzt hier nochmal alle Ports, die da jetzt offen sind. 10255, ups, 10255, ah, ihr merkt schon, ich kann heute nicht mehr. 207, 10259, also inhaltlich war das halt in die Richtung Active Directory. Und das war halt der Grund, warum ihr so viel Active Directory bei mir gerade seht. Auf dem Kanal SC für Script Scan und SV für Version Scan. Und eine IP-Adresse sollten wir vielleicht auch mit angeben. Vielleicht nicht ganz so verkehrt. Ja, damit wir auch die Dienste, die dahinter sind, nochmal anständig enumerieren und einfach sehen, was sich dahinter verbirgt, ja. Gut, also war maximal anstrengend. Ich habe auch das Gefühl, die Wege, die ich eingeschlagen habe, waren nicht die, die vorgesehen waren. Also bei einer Stelle bin ich mir zu 1000% sicher, dass ich da, ich will nicht sagen, was falsch gemacht habe. Also es war auf jeden Fall eines der Tools, die man braucht, ja. Ja, so eine Binary, ups, das war hier der MF-Scan von davor. So eine Binary, keine Ahnung, test.exe, eine Exe-Datei, ja, für Windows. Da bin ich mir safe sicher, die hat einfach gefehlt. Also es gab Tools, es gab so acht, neun Tools und von den Tools, die da waren, durfte man halt, also man sollte halt die wahrscheinlich verwenden, weil das hat er gemacht. Der gute Raster hat gesagt, nö, da hast du keine Internetverbindung, da darfst du keine eigenen Tools drauf machen. Dieser Guacamole-Server, über den man sich verbunden hat, der hat es nicht erlaubt, dass man seine eigenen Tools einfach per Drag-and-Drop da reinpackt. Und ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Aber da hat einfach eine Binary gefehlt. Und ich hätte wahrscheinlich auch den Support irgendwie anschreiben können und sagen können, ey, hier fehlt was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Ich mache jetzt einen ganz gewieften Trick. Ich mache einfach mal Cat. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich Cat bei einer Binary mache, dann ist das ja in einem Binär-Format. Also ich kann ja nicht den Inhalt so direkt einfach auslesen. Das heißt, ein cooler Trick, den man da machen kann, ist das Ganze dann, habe ich natürlich in der PowerShell gemacht und jetzt hier nicht in der Linux-Konsole, aber es ist das gleiche Prinzip. Das Ganze einfach Base64 kodiert. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ist doch easy. Dann kopiere das einfach per Copy-Paste drauf. Und dann habe ich so einen langen String gehabt, der über mehrere Seiten hindurch geht. Meine ganze blaue PowerShell war voller Base64-Zeichen an der Stelle. Und das ging aber nicht. Das heißt, ich musste dann, weil der Speicher nur eine bestimmte Kapazität hat, das nochmal splitten. Dann habe ich da so Variablen definiert in der PowerShell. Und gesagt, A, so der erste lange String. Also hier im Base64, bla 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 bla. Und dann geht das Ganze durch. Das sind so drei Seiten gefühlt. Dann B, dann String C. Und dann hatte ich insgesamt bis K. Ich musste das 8 oder 12 teilen. Dann wieder zusammenfügen, indem ich sage, okay, String und dann Dollar A, Dollar B. Und dann bis Dollar K oder so. Musste das nochmal zusammenfügen. Dann wieder Base64 dekodieren und das Ganze in eine Datei reinpacken als Binary. Aber das Problem war dann auch, Unicode-Fehler gab es da. Also ich habe stundenlang einfach nur zugeguckt, wie da Base64 Strings vor meinem Kopf flattern. Eh, seit drei Tagen nichts gegessen. Kaum geschlafen. Halb Prüfungssituation. Und dann war das super anstrengend. Aber gut, machen wir den Raum hier mal an der Stelle. Okay, wir haben super viele Ports. Ui. Wir haben super viele Ports. An der Stelle haben wir wieder Information Disclosure. Das sollte nicht der Fall sein, dass hier die Version geleakt wird. Ganz klassischer Fehler. Dann wissen wir schon mal, das ist irgendwie Linux, Ubuntu. Oder die ganz genaue Version, die können wir enumerieren. Dann haben wir hier einen HTTP-Server, der über SSL läuft, über HTTPS. Das können wir uns auch mal angucken im Browser, wie das dann aussieht. HTTPS. Die IP-Adresse 10.10. Was ist die IP? Ups. 10.10.1986. Und dann Port 1520. Ui, kein Internet. Das kann nicht sein. Ich habe Internet, haben wir ja gesehen. Sonst würde der M-Map-Scan nicht durchlaufen. Dann ist es wahrscheinlich mein Foxy-Proxy hier im Hintergrund, was nervt. Weil ich das vergessen habe, wahrscheinlich auszustellen. Okay, Client send in HTTP-Request to in HTTPS-Server. Das heißt, das Ganze ist ein HTTPS-Server. Dann geben wir dem Ganzen auch HTTPS mit. Also, groß der Skill als Hacker, lesen und was da steht, applyen. Gut. Your connection is not private. Die Meldung ist ganz normal, weil das ja eine private IP-Adresse ist. Die fängt ja mit 10.10 an. Okay, Page not found. Aber zumindest ist die schon mal online. Dann können wir hier die Page enumerieren. Dauert eine ganze Weile, bis wir jetzt hier wirklich jeden Port mit, also mit enumerieren, meine ich halt Directory Bootforce, ne? Slash Admin und so weiter mit GoBuster, Fav, euren Tools halt checken, ob da weitere Verzeichnisse sind. Und ich überspringe den Teil mal, weil ich ja schon weiß, dass es nicht der Fall sein wird. Oder ein paar Sachen gibt es schon, aber die werden uns jetzt nicht so großartig weiterhelfen, um den Raum zu lösen. Ich will das wieder jetzt hier nicht eine Stunde lang machen. Aber sonst normalerweise immer alles anständig enumerieren. Na, ihr wisst. Dann haben wir hier HTTP. Nmap sagt, okay, das ist hier ein Golang-Server. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Vertraue ich jetzt nicht so wirklich. Warum sollte da jetzt Golang im Einsatz sein? Hm, I don't know. Dann haben wir hier irgendwie was als Meldung zurückbekommen. Hier API-Version. Sieht schon mal ganz interessant aus, aber auch hier forbidden. Auch hier wieder SSL. Also ganz viele Ports, die uns in die Irre leiten sollen, mit denen wir nichts groß anfangen können. Aber auch die müssen wir halt alle enumerieren. Wir können es ja nicht wissen. Auch hier wieder SSL. Auch hier wieder Unauthorized. API-Version. Hier wird DNS geleakt. Kubernetes. Okay, dann wissen wir schon mal, dass wir es mit Kubernetes zu tun haben. Mit diesen komischen Technologien. Dann haben wir hier noch einen Web-Server. SSL. SSL und 30679. Also die beiden Web-Servers sind auf jeden Fall ein bisschen interessanter, weil die noch so ein paar Sachen mitliefern. Der hier sagt zum Beispiel, ich habe hier noch so einen Header mit. Und der hier ganz unten sagt zum Beispiel einen HTTP-Title. Jeder von euch, der schon mal eine Box selber aufgesetzt hat, weiß, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, solche HTTP-Titel zu erstellen. Also eigentlich ist das nur ein Klick. Aber wenn man das alles zusammennimmt, bis man eine Box wirklich kreiert hat, dann ist jeder Step irgendwie anstrengend. Und dann muss da schon ein bisschen was dahinter stecken. Wenn man sich immer die Mühe macht, einen HTTP-Titel da noch mit reinzusetzen. Okay, not found. Auch hier können wir wieder die Verzeichnisse brute force enumerieren. Aber checken wir mal ganz kurz den Port hier noch ab. Okay, Zeit cannot be reached. Versuchen wir vielleicht mal HTTP. Okay, gut. Franks World Domination Restart. Ui, das hier finde ich ganz cool. Because I control the... Das mag ich, diesen Effekt irgendwie. Was war das hier? Marky. Okay, es ist alles hier HTML, also nicht besonders interessant auf den ersten Blick. Marky ist ziemlich cool. Also um das hier durchsliden zu lassen. Wenn ich eine Box erstellen sollte, was ich auf jeden Fall irgendwann mal machen werde, Freunde, und die auch bei TryHack.me einreichen werde, dann will ich auch so einen Effekt. Dann will ich auch so irgendwas, was cool explodiert. Und damit liege ich jetzt eigentlich auch schon die Lösung so ein bisschen. Also der Web-Server, auf dem viele Explosionen vorhanden sind, der wird wahrscheinlich die Lösung sein. Gucken wir uns das Ganze mal im Burbsuite an. Also Burbsuite ist halt ein Proxy. Das ist halt so ein Mittelmann zwischen mir und dem Web-Server. Das heißt, wenn ich eine Anfrage an den Server schicke, kann ich die festhalten, kann ich die intercepten. Das ist halt, was ein Proxy halt macht. Um dann zu gucken, also hier auf Port 8080, Localhost. Um dann zu gucken, was passiert da wirklich, ja. Ich kann sowohl die Antwort vom Server als auch meine eigene Anfrage, HTTP-Anfrage und HTTP-Antwort, kann ich intercepten, genauer untersuchen, manipulieren an der Stelle mit Burbsuite. Deswegen ist Burbsuite mit das geilste Tool auf diesem Planeten. Ich glaube, wenn ich ein Tool mir aussuchen könnte, wo ich sage, da verzichte ich auf jeden Fall nicht darauf, dann wäre das auf jeden Fall Burbsuite, ja. Und es reicht auch hier die Community Edition, da braucht man jetzt nicht die teure bezahlte Version. Gut, schicken wir mal eine Antwort raus. Den sehen wir hier wieder, den HTML-Content, den kannten wir ja schon. Und hier so ein paar Meta-Informationen. Und dann sehen wir hier, x-powered by PHP 8.1.0 DEV. Okay, das ist eine DEV-Version. Das heißt, irgendwo eine Version in Entwicklung. Die können wir mal ganz normal googeln. Googli-Mugli. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also erstmal will ich einfach nur wissen, was das für eine Version ist. Häufig gucke ich direkt nach Exploits. Bei dem Fall will ich erstmal wissen, was das für eine Version ist, weil da irgendwie DEV im Namen steht. Ja, also DEV ist für mich ein bisschen ungewohnt. Normalerweise, man sieht auch PHP irgendwo auf Web-Servern, aber mit DEV dahinter, das ist ein bisschen strange. Deswegen will ich einfach erstmal nur wissen, was ist denn DEV überhaupt, ja. Ui, da sehen wir direkt, und ich habe hier nicht nach Exploit gegoogelt, sondern einfach nur nach der Version. Normalerweise googeln meine Version plus Exploit dahinter. Hier ist jetzt echt nur die Version und dann kriege ich direkt schon hier einen Eintrag. Remote Code Execution. Das sind die drei Wörter, bei denen ich Herzrasen bekomme. Es ist so in etwa dasselbe, wie wenn ich zwölf Dosen Kong Strong Energy Drink trinken würde. Diese drei Wörter, Remote Code Execution, es gibt einfach nichts Geileres als das. Also gut, PHP, weil auch hier ein Rechtschreibfehler, das S fehlt, Verion, okay. PHP, Verion, 8.1.dev was released with a Backdoor. Okay, krass, gut, easy für uns. Okay, da ist schon direkt eine Backdoor mit drin, das heißt, die ganze Version hier, wer auch immer diese Version im Einsatz hat, was man ja ganz cool enumerieren kann. Man kann ja mit einer Shodan-Suche gucken, welche Web-Server auf diesem ganzen Planeten hier diese Version installiert haben und dann kann man sich hier Zugriff verschaffen. Aber das sollte jetzt hier kein Aufruf werden, Blödsinn zu machen, weil über die Shodan-Suche hat man ja keine Legitimation zu, einfach irgendwelche Random-Server zu übernehmen. Gut, äh, wie machen wir das? Wir brauchen einen Exploit. Exploit-DB ist immer ganz cool, von Offsec, den Schlawinern. Gut, User-Agent, Remote Code Execution, dann haben wir hier einen fertigen Exploit, können natürlich die Datei herunterladen, Exploit ausführen, fertig. Ich will das Ganze mal ein bisschen komplizierter machen, indem wir es manuell exploiten. Nicht wirklich kompliziert, aber machen wir das mal manuell. Das ist schön, ich habe auch keine Lust, diesen Exploit hier herunterzuladen. Gut, dann sehen wir, was der Exploit hier macht. Wenn er eine 200er-Antwort zurückbekommt, also wenn der Web-Server überhaupt erst live ist, dann schickt er hier, sagt er hier cmd vom Input, also eine Variable cmd, das ist einfach das, was wir selber wahrscheinlich reingeben, Input-Funktion, ne, Python 101, ne, wer Python noch intensiver lernen möchte, checkt auf jeden Fall meine Python-Reihe ab. Hier können wir einen Command mit abgeben, dann sagt er hier die Headers, also das sind die HTTP-Header, die ihr mitgibt, ne, bei einem Server. Der User-Agent ist klar, das ist der normale. Und hier User-Agent mit zwei T. Das ist halt die Backdoor, die von einem Hacker installiert wurde, bei dieser PHP-Version. Klar, ihr könntet auch, wenn ihr eine Backdoor installiert, einen Header reinpacken. Meine super geheime RCE. Ist aber ein bisschen auffällig. Ihr wollt ja nicht auffallen, ihr wollt ja nicht, dass die Leute bemerken, dass die Entwickler bemerken, dass ihr eine Backdoor installiert habt. Deswegen nimmt man einen Namen, der ziemlich ähnlich aussieht, ja, und erstmal so direkt gar nicht auffällt. Ist einfach nur ein Typo. Ein absichtlicher Rechtschreibfehler mit TT, der aber was ganz anderes bedeutet als dieser User-Agent, den wir normalerweise mitgeben, ja. Und dann hat dieser Hacker ganz schön für uns eine Funktion definiert, die er Serodium-System genannt hat. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Serodium-System, also die äußeren Gänsefüßchen hier, die können wir ignorieren. Das ist für die Variable, oder das ist hier das Format, das JSON-artige Format hier in Python. Den haben wir Serodium-System. Diese Klammern hier, diese Gänsefüßchen hier, definieren die Variable. Das heißt, die können wir auch weglassen. Also alles, was wir nur brauchen, sind diese Hochkommers hier und das Semikolon am Ende. Also das ist ein bisschen schwierig, das auf den ersten Blick direkt zu erkennen. Aber wenn man etwas Scripting-Kenntnisse hat, dann bemerkt man sofort, was Sache ist. Oh, okay. Oh, krass. Es wird direkt hier oben angezeigt. Okay, gut. YouName. Welche Linux-Version habe ich? Was war vorher? WhoMi. Root. Okay, krass. Wir sind direkt Root. Okay, wir haben direkt Code-Execution. Gut, was wir dann an der Stelle machen können, ist, wir können uns eine Reverse-Shell mit raussuchen. Pentester-Monkey, Reverse-Shell. Ich mag die Seite. So, der erste sieht immer direkt ganz cool aus. Ich mache mal den anderen User-Agent hier weg, weil der mich ein bisschen irritiert gerade. So, Bash. Dann brauchen wir nur noch unsere IP-Adresse. Die kriegen wir mit Ton 0. Weil das ist die IP-Adresse, die uns von Open4PN zugewiesen wurde. Also, wenn ihr eine Open4, eine, eine 4PN-Verbindung habt. Port 4, ups, nicht 5. 4, 4, 4, 4. So, dann gib ihm. Das hat nicht funktioniert. Den versuchen wir vielleicht mal folgendes. Bash C. Und das Ganze dann in einem weiteren Command. Also, das ist so ein Wrapper, den ich euch empfehlen kann. Starten wir mal einen Texteditor, damit ich das mal besser aufschreiben kann. Also, der Reverse-Shell-Command ist folgender. Also, mit diesem Command hier bekommt ihr eine Reverse-Shell. Das Problem ist jetzt, wenn das nicht direkt als Bash interpretiert wird, müssen wir das in irgendeiner Art und Weise auch mitgeben und sagen, ey, guck mal, das ist ein Bash-Command. Das heißt, wir packen einen Bash-Command in einen Bash-Command. Wir verschlüsseln die Matrix. Wir packen eine Matrix in die Matrix. Das heißt, Bash C für Command. Bash C für Command. Fühle mir bitte diesen Bash-Command aus. Und hier drinnen, in diesen Gänsefüßchen hier, packe ich meinen Command hier oben rein. So, das Ding ist jetzt, normalerweise ist das super perfekt. Okay, keine Probleme. Das ist der Command, der sofort funktionieren sollte. In dem Fall jetzt haben wir bei Serodium, sorry, in dem Fall jetzt hier, haben wir einen Command, der folgendermaßen funktioniert. Serodium, ups, System. Und dann haben wir hier drinnen den Command. Das heißt, wir haben hier die äußeren Hochkommas und hier drinnen haben wir jetzt auch nochmal Hochkommas. Wenn wir den Command, so wie er hier ist, einfach hier reingeben würden, ja, hier drinnen jetzt zum Beispiel. Was dann, ups, so, was dann passiert ist, Serodium-System sieht das Hochkomma, denkt sich, okay, hier fängt der Command an, sieht dann das zweite Hochkomma und denkt sich dann, jo, dann hört der Command an der Stelle auf und dann kriegen wir einen Syntaxfehler. Das heißt, an der Stelle würde das dann mittendrin abgebrochen werden und um das zu verhindern, gibt es in Programmiersprachen eine Technik, die nennt sich Escapen, ja. Living in a city, escape from the city. Das ist jetzt nicht von Supersonic, sondern das sorgt dafür, dass diese Hochkommas hier drinnen nicht direkt als Hochkommas interpretiert werden, sondern man die durchmogeln kann, ja. Also das ganze Konzept nennt sich dann Escape, also mal abchecken, werden die mit Programmierkenntnissen unter euch schon wissen, nur dass ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt hier dieses Backslash verwendet habe, um das halt einfach, um meinen Hochkomma zu beschützen. Gut, dann gehen wir mal Vollgas. Das ist gut, wir kriegen keine Antwort, das gefällt mir, weil das heißt, der nimmt diesen Comment hier und führt den gerade aus und wir kriegen keine direkte Antwort zurück, ne. Also irgendwas passiert da im Hintergrund gerade, warum? Er versucht sich gerade mit unserer IP zu verbinden, ja. Okay, perfekt, gut, dann haben wir hier schon mal direkt eine Shell. Das erste, was wir machen können, ist Shell Upgrade, ja, also einfach eine vollständige TTY Shell uns holen. So, wie man das normalerweise macht, ist Python minus C, ihr kennt es, Import, PTY, PTY, Spawn, Bin, Bash, den sollte man ab einem gewissen Zeitpunkt, kann man den einfach auswenden. Äh, Python not found, Python 3 not found. Okay, anscheinend haben wir auf diesem System hier kein Python installiert, obwohl es eine Linux-System, eine Linux-Büchse ist. Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann haben wir hier von dem guten Kollegen, äh, keine Ahnung, wie der heißt, 0xffsec, ein paar Möglichkeiten und hier noch einige. Ja, okay, also hier einmal der Command, ne, das sind jetzt einfach nur Commands, um die Shell so ein bisschen, ähm, zu stabilisieren. Ähm, ich glaube, was auch ganz vom Vorteil ist, ist folgendes, Export-Term, x-Term. Das sind halt so ein paar, ähm, Umgebungsvariablen, die dafür sorgen, dass unsere Exploits dann hinterher auch funktionieren, ne. Das heißt, die müssen wir an der Stelle setzen. Gut, dann, ähm, checken wir mal ganz kurz, das war von mir, nicht beachten. Dann checken wir mal ganz kurz, was wir hier auf dem System alles haben. Enumerieren das so ein bisschen durch. Ob-Verzeichnis ist immer ein cooler Ort, ist nichts drin. Home-Verzeichnis ist immer ein cooler Ort, um zu checken, ist nichts drin. Wir sind keine User, wir sind anscheinend schon Root, aber wenn wir ins Root-Verzeichnis gehen, dann finden wir hier auch keine, ähm, keine Flags. Also merkwürdig, ne, wir sind Root auf dem System, aber keine Flags. Woran könnte das liegen? Vielleicht ist das ein Kube, äh, ein Kubernetes-Container, so ähnlich wie diese komischen Docker-Container. Und wir müssen wahrscheinlich auch hier wieder aus diesem dämlichen Container ausbrechen, ja. Ja, ihr wisst, ich bin kein Freund von diesen Containern, aber irgendwo gibt es aktuell so einen Try-Hack-Me-Trend, Trend, der sich immer mehr in so eine Richtung bewegt. Gut, was wir mal machen. Äh, wir können cat-add-c-password, das ist ein cooler Trick, um zu checken, welche User ihr habt. Cat-add-c-password, entweder gucken, wo sind die User mit bin-bash oder direkt danach grabben. Grab bin-bash. Das heißt, damit können wir halt checken, welche Benutzer wir haben, ja, weil Bash, wer auch immer Bash hat, ist halt ein User. In dem Fall haben wir echt nur den Root-User. Gut, dann können wir ganz normal die Box weiter enumerieren, so typischerweise Sachen checken, Limpies vielleicht mal im Hintergrund laufen lassen, wobei Limpies macht an der Stelle gar keinen Sinn, weil wir ja schon Root sind auf der Box. Aber was wir machen können ist, wir können mal gucken, wie wir aus diesem Cube-Container ausbrechen können. Ja. Dazu gibt es einen Exploit, ähm, der war jetzt erst vor kurzem, kam der erst raus, darauf basiert auch die Box hier wahrscheinlich. Äh, ja, jetzt, ich, keine Ahnung, ich gebe jetzt einfach irgendwas ein. Pod, also Pods sind halt diese Einheiten. Ne, ganz kurz zur Erklärung. Kubernetes einfach erklärt. Man sollte das mal einfach googeln. Wenn man keine Ahnung hat von irgendeiner Technologie, was sehr häufig vorkommt, dann, äh, sollte man sie einfach mal googeln, mal gucken, was ist das überhaupt für ein Quatsch. Ne, und bei Kubernetes gibt es halt verschiedene Begriffe hier. Also, Kubernetes ist ein Container-Orchestrierungssystem. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Achso, das bedeutet, die Software soll nicht etwa Container erstellen, sondern diese verwalten. Okay, also, Kubernetes ist anscheinend dazu da, um diese Container zu verwalten in irgendeiner Art und Weise. Okay, wobei die hier sehr viel versuchen, Prozesse zu automatisieren. Das ist für uns jetzt an der Stelle ziemlich Banane, ist irrelevant, aber es sind anscheinend irgendwelche Container-Verwaltungssysteme, ja. Gut, und dann haben wir verschiedene Sachen da drin. Wir haben den Container, ne, wie auch bei Dockern. Dann haben wir einen Pot. Das sind die Einheiten hier, wo die Container versammelt sind. Dann haben wir Nodes. Äh, eine oder mehrere Pots laufen auf einem Node, ja, der sowohl eine virtuelle als auch eine physikalische Maschine sein kann. Also irgendwie so Knotenpunkte, ne, wahrscheinlich so Knotenpunkte. Und mehrere, ähm, Knotenpunkte werden zu einem Cluster zusammengefasst, ja. Das sind so ein paar Basic-Begriffe oben mit dem Exploit. Ähm, ich weiß schon, dass es da einen gab. Der kam jetzt vor kurzem raus auf Twitter. Deswegen suche ich jetzt mal ganz gezielt danach. Ähm, Cube-CTL. Ich glaube, Pot-Exploit oder sowas sollte es zurückliefern. Ähm, wir wollen auf jeden Fall... Hier ist es, glaube ich. Und... So, lesen wir uns das mal ganz kurz durch. Blocking System Chords. Also es gibt auf jeden Fall eine sehr schöne Seite. Hier, attacking Kubernetes from inside the pod. Also die Idee, was wir jetzt gerade machen, was wir versuchen als Angreifer. Wir sind jetzt hier gerade in einem dieser Pods gefangen. Oder in einer dieser Nodes, in einer dieser Knotenpunkte. Hier drin sind wir gerade in einer Sendbox. Und hier können wir nicht besonders viel machen. Sondern wir wollen auf das echte Betriebssystem drauf zugreifen. Also wir wollen von hier ausbrechen nach weiter unten hin. Und das können wir hier mit diesen Syscalls machen. Das heißt, indem wir die benutzen an der Stelle, indem wir einen fertigen Exploit dafür verwenden, können wir halt auf den Kernel zugreifen. Da gab es eigentlich einen ziemlich coolen Exploit von, ähm, ja, gucken wir mal ganz kurz, so wie, Exploit Twitter, ähm, QCTL-Exploit. Ah, hier ist es, Daffi Coolia, endlich. So, Daffi Coolia und Twitter. So, weil der hat nämlich, ich glaube, der hat auf den, ähm, achso doch, ist es von, ach, ist sogar von ihm. Ähm, okay, gut. Ja, der hat hier direkt den Exploit, den wir hier verwenden können, um diese Box zu hacken. So, jetzt müssen wir natürlich an der Stelle, wenn wir diesen Exploit hier verwenden wollen, müssen wir an der Stelle noch ein bisschen aufpassen. Also, QCTL muss natürlich drauf installiert sein, ja. Das heißt, wenn das hier, ich mache es mal ein bisschen größer, wenn das hier nicht installiert ist, dann funktioniert das Ganze schon mal nicht. Checken wir das mal ganz kurz ab. Und da sehen wir, nö, not found. Zum Glück können wir uns da einen kleinen Trick bedienen. Ich navigiere mal in das Temp-Verzeichnis und sage, wir wollen hier QCTL auf die Box drauf bringen. Dann, dazu geben wir ein QCTL install Linux, um zu gucken, wie man das normalerweise auf einem Linux-System installieren würde. So, und hier haben wir die Linux-Binary. Die Box selber hat keine Internetverbindung, das heißt, wir müssen sie erst auf unserer lokalen Kiste herunterladen und dann übertragen. Weil die meisten Boxen haben keine Internetverbindung. Gut, äh, ups, nicht wget, sondern den Command einfach so, wie er ist. Kopieren. Vielleicht mal ein weiteres Verzeichnis. Lösche mich später. Was nicht notwendig ist, weil im Temp-Verzeichnis bei einem Neustart wird sie automatisch gelöscht. Gut, laden wir die Binary einmal herunter. Die QCTL-Binary, die ist halt notwendig, um alles Mögliche mit Kubernetes zu machen, ja. Um die ganzen Ports zu enumerieren und so weiter und so fort. Checken wir mal ganz kurz mit File, dass das auch wirklich funktioniert hat. Wir sehen hier eine Binary. Okay, perfekt. Ähm, jetzt müssen wir nur noch übertragen. So, dazu können wir wget benutzen. Äh, ist nicht installiert. Curl benutzen. Ist auch nicht installiert. Gut, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Hier ein ziemlich cooler Trick, wenn ihr auf einer Box seid, die maximal restriktiv ist, auf der nichts drauf ist, außer vielleicht maximal noch Bash. Dann können wir hier einen ziemlich coolen Trick verwenden. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich danach gegoogelt habe. Linux, how to download files without, ah, hier. Genau, das war direkt hier im Google-Treffer, ne. Linux download file without vget oder curl. Wenn man das nämlich macht, landet man hier bei, ich glaube, entweder das ist SuperUser oder StackExchange. Ja, genau, hier StackExchange war es. Ne, das ist hier sowas wie StackOverflow, ne Unterseite davon. Und da gibt es hier ne schöne Funktion, ne. Das heißt, hier hat jemand in Ghetto Bash eine Curl-Funktion definiert. Und diese Curl-Funktion, diese rudimentäre, das ist keine full-fledged Curl-Funktion, wo ihr ja auch alle Commands minus O und so weiter mit angeben könnt. Das ist jetzt wirklich nur eine Ghetto-Bash-Version, die so im Prinzip einfach nur die Datei über, ähm, ja, auslesen, so Copy-Paste-mäßig aus, ähm, rüberkopiert, ne. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur eine Basic-Funktion. Aber es reicht. Das ist ziemlich cool, wenn man nämlich kein eigenes Curl hat. Man kann die Binary auch nicht wahrscheinlich einfach so draufpacken, weil wir wollen ja gerade Curl, damit wir eine Datei herunterladen können. Wir pasten jetzt einfach alles da rein, weil das ist eine Bash-Funktion. Das heißt, Bash interpretiert das Ganze jetzt. Und jetzt haben wir diese neue Funktion, unterstrich, unterstrich, Curl, die hier zur Verfügung steht. Und die können wir jetzt hier verwenden, ja, um eine Datei von unserem System herunterzuladen. Dazu starten wir einen Python-Server, simple-http-Server auf Port 8000 meinetwegen. Also ist völlig egal, auf welchem Port. Gut, dann kopieren wir einmal die IP-Adresse, sagen, hier bitte, downloade mir das Ganze. Und dann kubectl. Und dann leite ich das Ganze weiter, wichtig, Redirector, in eine Datei namens kubectl. Warum mache ich das? Weil ich habe jetzt hier keine echte Curl-Funktion. Ich kann jetzt hier nicht einfach minus O, Output-File mit angeben, sondern das ist hier einfach nur ein Download von einer Binary. Und dann wird der ganze Screen voll gespampt, wenn ich das jetzt hier nicht manuell über eine Bash-Funktion weiterleite in eine Datei. Gut, dann sehen wir hier, haben wir die Anfrage bekommen. Das war schon mal erfolgreich. Gleich können wir nochmal checken, ob die Datei auch wirklich vollständig übertragen wurde oder nicht. Ich gebe dir einen ganzen Augenblick Zeit, das dauert kurz, bis die Datei wirklich vollständig übertragen wurde, weil sonst kann es sein, dass die mittendrin abbricht, wenn ihr da jetzt hier, und wichtig, nicht STRG-C drücken. Wir können unsere Shell-Lader nicht upgraden zu einer vollständigen TTY-Shell, das heißt STRG-C bricht die komplette Shell. Und dann können wir hier einmal abchecken, ob die Datei Größe identisch ist. Dann sehen wir hier eine unkryptische Zahl, die Größe der Datei, und die ist in beiden Fällen identisch. Das heißt, unser Download, das ist eine ganz super gewiefte Variante, um zu checken, ob eure Dateien wirklich übertragen wurden. Also vollständig halt und nicht mittendrin abgebrochen wurden, weil wir benutzen ja hier kein echtes Curl, sondern irgendeine Ghetto-Bash-Variante von Curl, irgendeine asoziale Curl-Variante. Und dann kann es halt sein, dass es mittendrin abbricht, weil wir lesen das ja hier wirklich nur über while read, also wir lesen das einfach nur line by line aus, und dann kann es halt sein, dass das mittendrin irgendwie abbricht. Gut, dann haben wir jetzt hier kubectl, oh, Linux 101, erstmal die Binary executable machen, mit change mod plus x, damit wir die auch ausführen können. Ja, und dann können wir hier minus h eingeben, und dann sehen wir hier schon mal das Hilfsmenü. Gut, entweder können wir das Hilfsmenü verwenden, oder wir können ein bisschen Google-Konfu betreiben. Ah, hier, kubectl-Spickzettel, und das ist eine coole Seite hier von kubectl.io selber. Das heißt, das sind die Leute hier, das ist die offizielle Dokumentation, wie man es verwendet, ja. Und die Dokumentationsseite, genau, hat uns hier Suchen und Anzeigen von Ressourcen, weil wir haben jetzt hier ein exploit, kubectl-run, das ist der Name des neuen Hosts, das heißt, das hier können wir selber angeben, wie wir wollen, können wir sagen, Mr. Pentastico. Ich bin einmal, wurde ich von einem betrunkenen Marokkaner auf der Straße angesprochen, und er meinte dann zu mir, weil ich hatte einen Regenschirm in der Hand, aber es hat nicht mehr geregnet. Und dann, oh, you have a parapluie. Ich glaube, er hat parapluie gesagt, also das französische Wort für Regenschirm, glaube ich. You have a parapluie. Ich so, ja. Can I have your parapluie, Mr.? Ich so, nein. Und dann wurde er auf einmal so traurig. Ich so, mach doch nicht so. Okay, hier hast du mein parapluie. Habe ich ihm mein parapluie gegeben. Thank you, Mr., for your parapluie. Deswegen, seit diesem Moment sage ich immer Mr., weil er mich mit Mr. angesprochen hat. Ich so, wer sagt denn heutzutage noch Mr.? Das war ziemlich funny. Okay, ähm, okay, also der neue Name, Mr., deswegen kam mir das gerade in den Sinn, Mr. Pantastical. Restart never, das ist okay. Remove image lol, das ist okay. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall abändern müssen, ist hier dieses Image, ja. Also das Image, müssen wir einmal herausfinden, was das genau ist in unserem Fall. Wenn wir das nochmal hier an der Stelle ersetzen, dann passt nämlich der Rest, ja. Privilege context, privilege true. Also wir wollen hier eine neue Ding starten, eine neue Bash-Session, um dann hier das Ganze zu exploiten. Gut, wie finden wir das heraus? Wir haben jetzt hier kube.ctl. Und indem wir die offizielle Dokumentation heranziehen, können wir ein paar Informationen bekommen. Listen Sie alle Dienste mit Namespaces auf. Gut, get services, machen wir das mal. Get services. Okay, dann sehen wir hier ein service.php-deploy. Okay, gut. Gut, also die Images, kurze Erklärung, die sind halt hier in dem Pod, ja. Das heißt, die Pods sind für uns von Bedeutung. Den können wir einmal, diesen Comment hier kopieren. Wichtig, ihr könnt ihn nicht so direkt kopieren, sondern müsst immer .slash machen, weil das ja eine lokale Datei ist. Die haben wir jetzt hier nicht komplett auf dem ganzen System installiert, sondern nur hier auf der einen Seite. Hier haben wir hier php-deploy. Gut. Okay, kube.ctl.getpods. Minus O für weit, um mehr Informationen zu bekommen über dieses Pod. Also hier ist der Name einmal. Status, der Pod läuft. Und der Name des Knotens. Micro K8s. Hier haben wir auch eine IP-Adresse. Erstmal ganz kurz unsere IP-Adresse. Boah, heilter Schwede. Okay, also IPA ist nochmal ein Command, eine Variation, wenn IF-Config nicht vorhanden ist. Dann sehen wir, unsere IP-Adresse ist hier 128, 200. Okay, das ist der Bereich auf jeden Fall. Describe Befehle mit ausführlicher Ausgabe. Aber das klingt doch mal nach dem, was wir suchen. Cube CTL Describe. Wir wollen mehr Informationen über diesen Note hier haben. Describe Note Micro K8s. Achso. Cube CTL Describe Note Micro K8s. Ui. Okay, so, dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Wo haben wir denn Image? Okay, dann Cube CTL Get Pods. Cube CTL Describe Pod. Und dann den Namen hier. Also irgendwo muss halt, wir nummerieren gerade die Pod-Informationen. Um, ähm, achso. Ich sollte mich vielleicht nicht vertippen. Nicht Describe. So. Pod. Um die Pod-Informationen mal heranzuziehen. Und irgendwo sollten wir, ah, hier oben. Haben wir das Image. Den Namen des Images. In dem Fall Wulhab. Wulhab? Ist das eine, ist das eine Box, die einfach recycelt wurde? Vom Wulhab? Sind wir da gerade etwas, etwas magischem auf der Spur? Sind wir jetzt hier gerade? Gut, und wenn ich den Command hier komplett ausführe, ne, wieder wichtig, Punkt, Punkt Slash, weil das ja eine lokale Datei ist und das nicht komplett installiert wurde, dann sollte ich hoffentlich aus diesem dämlichen Cube-CTL rauskommen. Also nochmal, Cube, yeah, attacking Kubernetes from inside a pod. Also jetzt gerade sind wir hier in dieser Sendbox und wollen über Syscalls da rauskommen. So, gib ihm. If you don't see a command. Oh, okay, jetzt sehen wir hier, der Name des Hosts hat sich geändert. Vorher waren wir hier in diesem Knotenpunkt oder hier in diesem Pod oder whatever, Container. PHP-Deploy und da sind wir jetzt rausgekommen und jetzt bin ich jetzt hier in dem neuen Namen. Äh, Fantastico, ne? Ui, ui. Okay, das sieht ganz, ui, 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 ui. Okay, lasst uns schnell die Flags holen, bevor hier was kaputt geht. Damit, äh, hier haben wir die, äh, user.txt. Also einfach mit einem CAD-Command den Inhalt einsehen. Ich habe jetzt hier mal noch einen Zusatz-Command eingegeben, damit ich hier den Inhalt nicht spoilere. Für die Leute, die das jetzt nochmal den Raum machen wollen. Hier, ich will jetzt natürlich nicht die Lösung auch direkt mit Preis geben. Und hier haben wir die Root-Flag, ne? Okay, super. Damit hätten wir die Box schon mal gehackt, aber dieses mit den R's, keine Ahnung. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man diese Fehler hier wegbekommt. Ja, wenn ihr da genau Bescheid wisst, wie ich hier einen schöneren Output bekomme. Und das war die Box Frank & Herbie. Schon wieder, try again, try harder, try so oft du möchtest. Alles klar, wenn dir das Video gefallen haben, solltet ihr dann, wie immer, einen Like unten in die Kommentare. Genau, einen Like in die Kommentare reinsmaschen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal.